Er fühlt sich überall wohl auf dieser Welt. Er ist einfach ein sehr gutes Ross, ein super Talent. Er ist achtjährig, ist noch sehr jung und ich halte ganz viel vom Balluch. Ich habe ihn gesehen, mit einem anderen Reiter. Ich bin dann über den Besitzer gegangen und habe das Rosshaupt gekauft. Ich bin gut wegen der Weltranglistepunkte und wurde vom König eingeladen. Die Turniere sind sehr schön, die Plätze sind super, also die Bedingungen in den Boxen sind hervorragend. Er kann nicht besser sein bei uns. Gut, danke vielmals. Weiterhin viel Glück. Danke. Danke.